Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Handelsideen für den Dienstag dieser Woche in Gold, US-Dollar, Can-Dollar und den FUZI 100. Sowie noch einmal einen kurzen Blick in das Handelssetup von gestern im Dow Jones. Haben wir hier nicht besprochen, aber ist soweit jetzt gut mit da. Das heißt, wir blicken einfach noch einmal hier in diesen Chart von gestern mit hinein. Wie schon gesagt, es ist eine zusätzliche Betrachtung der Idee von gestern. Bevor wir hier in die Details gehen, wie immer auch die Einladung, wer eine Frage hat oder einen Wunschmarkt analysieren lassen möchte, bitte direkt hinein in die Chats hier. Heute geht auch GoToWebinar wieder. Das heißt, die Zuschauer auf GoToWebinar können die Fragen gerne direkt im Chat dort stellen. Alle anderen hier auf Facebook natürlich in dortigen Chatfeld. Elena, Ludger, Andreas, euch auch einen schönen guten Morgen und damit über den Risikohinweis hinweg. Sie wissen es, der ist in Gänse zur Kenntnis zu nehmen, denn der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Gehen wir dann in die Tagesplanung, die Nachrichten von heute. Wir haben in der Nacht oder am ganz, ganz frühen Morgen schon interessante Informationen aus China bekommen. Wir sehen es hier, Einkaufsmanager-Indizes sind gekommen. Die sind in Gänse etwas schlechter ausgefallen, als das Ganze erwartet wurde. Jetzt muss man natürlich erst einmal sehen, wie sich das mittelfristig dort auch entwickelt. Wir haben hier einen Rückgang. Wir sehen es hier an diesen Stellen. Es waren eigentlich leichte Zuwächse erwartet worden, aber die Zahlen kamen im Rückwärtsgang. Wir schauen mal hier, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe lag mit 50,1. Unter den Erwartungen, das Ganze für die Dienstleistung hatten wir bei 54,3. Und dann haben wir hier noch den HSBC-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Da hatten wir ja eine Prognose von einem Anstieg um 0,2 Zähler auf 51. Real waren es dann am Ende 50,2. So, schöne Zahlen gab es auf der anderen Seite hier vom, wir haben es hier um 8 Uhr, haben wir die Daten bekommen zum GFK-Konsumklima-Index. Der war erwartet worden mit einem leichten Rückgang von 10,4 auf 10,3. Die aktuellen Zahlen hier stabil geblieben. Wir sind bei 10,4. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Konsumklima in Deutschland hier nicht weiter rückläufig ist. Also, das die aktuellen Zahlen hierzu. Und dann gehen wir weiter in der Tagesplanung. Wir sehen es hier, was kommt noch im Laufe des Tages. Eine Rede seitens eines Mitgliedes der britischen Notenbank um 9.40. Um 9.55 bekommen wir dann mit Blick in die Arbeitslosigkeit hier in Deutschland ein paar Zahlen. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenquote stehen an. Bevor es dann hier um 11 Uhr in der EU weitergeht mit dem Bruttoinlandsprodukt. Weitere Zahlen auch zur Arbeitslosenquote aus dem Monat März. Und um 14 Uhr gibt es dann hier bei uns aus Deutschland Zahlen zum Verbraucherpreis-Index. Und am Nachmittag gibt es dann einiges aus den USA. Das sind wichtige Fakten, die wir hier bekommen. Um 14.30 gibt es Einblicke in die Arbeitskosten. Dann bekommen wir um 15.45 den Chicago Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen dann um 16 Uhr die Nachrichten zum Conference Board Verbrauchervertrauen und die schwebenden Hausverkäufe. Und dann am späten Abend noch einen Einblick in die API Rohöl-Lagerbestände. Und eines dürfen wir jetzt hier bei allem nicht vergessen. Morgen ist die Fett dran. Das heißt, morgen ist der Tag, glaube ich 20 Uhr. Wenn die Zahlen so bleiben, so wird es dann nämlich mal auch wieder kommen, kriegen wir die wichtigsten Informationen. An der Zinsschraube wird mit guter Wahrscheinlichkeit nichts gemacht. Aber ja, die Statements in der Pressekonferenz, die sind natürlich immer sehr, sehr wichtig. An der Stelle auch nicht zu vergessen, morgen hier kein Webinar, weil wir haben Feiertag in Deutschland am 1. Mai. Das heißt, wir schauen dann am Donnerstag, was die Zahlen hier in der Regel gebracht haben. Und damit gehen wir gleich mal rein in die Chats. Olaf, auch dir einen schönen guten Morgen. Und blicke mal rein, was in den Chats an dieser Stelle hier passiert. Erster Punkt, UK 100. Das ist der britische Aktienindex, der FUZI 100. Sehr, sehr schön, was wir hier sehen. Einen guten laufenden Aufwärtstrend. Wenn ich das mal kurz hier am Rande wegmache. Gut gewesen auf dem Weg hier oben zu dem Widerstandslevel. Um knapp 7.560 Punkte. Das aktuelle Trendhoch haben wir hier oben liegen bei 7.528. Also alles wunderbar trendig nach oben. Wir haben auch eine schöne tiefe Korrektur gesehen. Und das, was wir hier momentan sehen, ist relativ interessant. Wenn wir uns mal den Gesamtverlauf anschauen, kann man auf der einen Seite feststellen, ja, der Markt hat schon noch im Sinne dieses Trends, der hier läuft, von dem kleinen, aber auch im großen Bild, hier eine Schwelle vor sich liegen um die Marke von knapp 7.400 Punkten. Also hier das Ausbruchslevel bei ungefähr 7.370. Hier das aktuelle Korrekturtief um die Marke bei 7.382. Und dann halt noch die psychologisch wichtigen Faktoren um 7.400. Da kommt eine ganze Menge zusammen, was nach unten hin einen guten Support bieten kann. Und dass da Support kommt, das haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen. Wir haben hier im UK100 momentan eine Phase, wo man das Dip kauft. Wir sehen das hier nach unten, zack, ging es nach oben. Hier einfach runter, zack, wurde wieder aufgekauft. Hier gestern das gleiche. Tiefere Kurse wurden sofort genutzt, um wieder nach oben gekauft zu werden. Das ist für Händler, die sich sagen, beide Dip ist hier in diesem Bereich eine gute Geschichte. Das kann man gut nutzen. Wir sehen, wohin der Markt gelaufen ist. Hier kann man gutes Beide-Dip-Trading machen. Das sieht man dann auch in den kleineren Zeiteinheiten immer wieder, wie der Markt dann an diesen Stellen nach oben schnellt. Ich zeige das hier mal kurz im 5-Minuten-Chart. Hier sieht man es. Das Dip und dann zack, nach oben. Gucken wir mal, ob wir es noch weiter bekommen. Hier, genau das gleiche Spiel. Der Dip und dann zack, nach oben getradet. Das sind Sachen, wer sich hier auf die Lauer legt, kann durchaus das ein oder andere Schnäppchen an dieser Stelle mitmachen. Und wenn wir uns den ganzen Vorgang jetzt einmal hier im Tagesschart noch weiter anschauen, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was kann denn hier jetzt weiterkommen? Ganz klar, in Bezug auf diesen Trend, wenn wir hier oben drüber bleiben und der Markt wieder bullisch agiert, dann, wenn wir hier oben drüber laufen, dann setzt sich in der Stunde was Trendiges nach oben fort. Nächster Anlaufpunkt wären dann auf dem Weg zum Hoch hier oben bei den erwähnten 7.528 Punkten. Erst einmal das Tageshoch hier um die Marke von 7.481. Dann haben wir hier zwischendrin noch einen kleinen Hoch vom Top liegen. Und zwar haben wir das bei 7.521 Zählern. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann sehen wir auch, weshalb diese Marken gewisse Relevanzen haben. Das werden wir hier sehen. Das sind gewisse Swing-Highs hier im Abwärtstrend mit drinnen liegen. Und wer sich das Ganze hier im genaueren Bild auch anschaut, der wird sehen, wichtig ist, was hier an dieser Stelle passiert. Hier haben wir einen momentanen Widerstandsbereich liegen. Das kommt aus diesem Korrekturhoch hier vom letzten Abwärtsschub. Der Markt trendet in der Stunde mittlerweile auch schon wieder nach oben. Das sehen wir hier sehr schön. Ich zeichne das Ganze eben mal kurz mit ein. Und wenn wir da eine Fortsetzung bekommen, dann hatten wir ja hier gestern schon den ersten Schub leicht oben drüber über dieses Level. Dieser Trend ist also hier oben drüber gelaufen. Wurde dann erst einmal wieder abverkauft. Und jetzt kommt es halt darauf an, das positive Szenario sieht so aus, dass wir dann irgendwann die Umkehr bekommen. Im besten Falle natürlich logischerweise vor diesem Punkt. Und dann nach oben weiterlaufen und das Ganze hier fortsetzen. Und so sieht dann das Long-Szenario nach oben hinaus. Mit Blick nach unten, selbstredend, wenn wir hier unten unter die Tiefs drunter fallen. Erst einmal, wenn wir hier drunter fallen, unter dieser Marke, dann ist dieses Szenario hier schon mal nicht mehr vorhanden. Und wenn wir tatsächlich hier unter dieser Marke fallen, das heißt hier unter dieses Tief bei circa, wo haben wir es liegen, 7398 Punkten. Dann müssen wir uns wieder in den Tagesschart verorten. Und da sehen wir dann halt, wenn es hier drunter läuft, dann wird hier der Markt. Mal gucken, was im Support-Bereich geschieht. Das also hier zum britischen Aktienindex. Damit gehen wir dann direkt weiter in den Währungsmarkt. Das heißt, wir schauen hier mal auf US-Dollar, Kan-Dollar. Jetzt muss ich nur den richtigen Chart schnell rüberholen, dass wir das Ganze miteinander auch hier besprechen können. So, na, hier ist er rein. So, kurzen Augenblick. Ich habe unten drei Charts. Da muss ich mal sehen, wo ich es gespeichert habe in der Vorbereitung. Vorhin ist hier ein bisschen was durcheinander gekommen. Da haben wir ihn, den Tageschart vom US-Dollar, Kan-Dollar, der gerade auf gutem Wege ist, die Handelsidee in die Long-Richtung hier zu triggern. Hier also wirklich auch mal schön das Ganze live zu sehen. Was sehen wir hier im Chart? Wir sehen auf einen Fall, dass wir hier einen laufenden Aufwärtstrend haben. Untergeordnet hier, wir sehen es Trend, der Markt auch schön nach oben. Die letzte Bewegung auch mit einem ordentlichen Schub nach oben. Und die Korrektur, die sehen wir hier in Form einer solchen bullischen Flagge. Und wir sehen hier gerade den Ausbruch im Entstehen bzw. im Progress sozusagen. Hier, wenn es oben drüber geht, das wäre das Triggersignal. Jetzt heißt es halt Bestätigung abwarten und dann nach oben hin das Ganze mitnehmen. Anlaufpunkte hier sind zum einen das Tageshoch von vorgestern, also hier bei 1,34977 bzw. dann hier oben in Richtung des Tops bei 1,35207. Da haben wir dann auch einen Widerstand liegen. Da gab es hier auch mal einen kleinen Spike nach oben, wo dann abverkauft wurde. Sehr schön zu sehen. Wenn es hier zu einem Fake-Ausbruch kommt, müssen wir schauen, wie es nach unten weiterhin ausschaut. Was haben wir liegen? Hier unten aus dem Swing hinaus. Wir hatten hier unten geordnet einen kleinen Korrekturbereich mit dem Low bei 1,34160. Dann haben wir hier einen Support. Sie sehen es hier, diesen Staubereich, wo der Markt erstmal nicht richtig drüber wollte. Da war es der Widerstand. Jetzt sind wir oben drüber. Jetzt ist es ein Support. Das Ganze hier um die Marke von 1,34. Das heißt, mit Blick nach unten kurzfristig wäre das hier ein gangbarer Weg einer Fortsetzung. Aber wir sind hier im Bereich der Trendverordnung so weit drin, dass wir hier möglicherweise tatsächlich jetzt den Ausbruch nach oben sehen. Und da können wir gerne auch mal in die Stunde reinschauen. Und da sehen wir halt das, was ich auch immer wieder sage. Erst einmal muss so ein Abwärtstrend gebrochen sein und dann sehen wir weiter. Und was sehen wir hier an dieser Stelle? Wir haben die Bewegung hier, die dieses Hoch erst einmal jetzt angesteuert hat. Wir sind auch über diese Trendlinie rausgebrochen. Das heißt, das sind schon mal, sage ich mal, sehr, sehr bullische Szenarien. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir hier die Bestätigung bekommen, den Weiterlauf. Und dann haben wir halt auf dem Weg nach oben hier die Hochs als Anlaufpunkte hier bis hin zum oberen Widerstand am Trend hoch. Und das sind dann die Wegpunkte, die wir schön nach oben mitnehmen können. Und wer sich diesen Ausbruch hier mal im Detail anschauen möchte, gerne hier in den 5 Minuten. Und da sehen wir nämlich schon, was hier schön passiert ist. Hier sehen wir schön den Markt nach oben trenden in seinen Schwungbereichen. Jetzt hier die starke, starke Bewegung. Aus reiner Erfahrung würde ich sagen, nach solchen starken Bewegungen kommt es häufig erst einmal zu einer korrektiven Phase. Und wenn der Markt dann hier wieder rumdreht, dann kann man sagen, jetzt haben wir eine gute Chance, nach oben ranzulaufen. Und wenn es dann hier als Trendfortsetzung weitergeht, das wäre dann das Triggersignal für die Richtung hier im Tagesschat nach oben. Das heißt, hier spielt der Markt momentan das Szenario der Bewegungsfortsetzung in Richtung des übergeordneten Trends. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Übrigens hier im kurzfristigen Trading, die Marken hatte ich ja besprochen, wer das Ganze mittelfristig auch traden möchte. Der nächste größere Anlaufpunkt ist dann selbstredend ganz oben hier an dieser Stelle am Hoch hier drüben bei ungefähr 1,367. Felix, einen schönen guten Morgen. Also das hier an dieser Stelle mit Blick in US-Dollar, Can-Dollar wieder mal auch ein Chart, der für viele Handelsszenarien gut ist. Im kurzfristigen Trading kann man das Ganze sehr schön mit anlaufen lassen. Wir haben es gerade im 5-Minuten-Chart besprochen. Das funktioniert genauso auch im Swing-Trading. Man muss da nur mit der entsprechenden Positionsgröße und den Absicherungsleveln auch mit umgehen. Und damit blicken wir gleich in den dritten Markt für heute. Und da schauen wir mal wieder in den Goldpreis hinein. Gold hat sich ja sehr, sehr dynamisch nach unten entwickelt die letzten Tage und Wochen. Wir sehen es hier, der schöne starke Aufwärtstrend, der ist gebrochen worden. Hier haben wir im großen Bild den Schwung nach unten und hier untergeordnet auch den laufenden Abwärtstrend. Und mit Blick in diesen Abwärtstrend hin und her, egal ob wir den großen nehmen oder hier den kleinen untergeordneten, Wir hatten hier bei beiden eine gut gelaufene Bewegung. Die fand ihr tief hier bei 1266 Dollar. Jetzt haben wir die regressive Phase laufen gehabt und die ist auch ein gutes Stück zurückgelaufen, wenn wir das mal anhand dieser Bewegung hier auch ausmessen. Wir hatten hier das Bruchlevel bei 1280 US-Dollar. Das ist eine Marke, die wird gerne angelaufen. Hier sind wir auch gut drüber gelaufen. Im Top sind wir hier bei 1288 Dollar gewesen. Und gestern kam dann ordentlich Druck nach unten rein. Das hat jetzt an dieser Stelle noch nicht so viel zu bedeuten. Es ist erst einmal ein Gegensignal. Ein Signal wieder in Richtung des laufenden Abwärtstrends. Das ist schon mal wichtig. An der Stelle ist es jetzt halt gut und sicher hinzuschauen, was der Markt hier macht. Weil das war definitiv erst einmal ein Umkehrsignal. Mit Blick nach unten haben wir jetzt die Chancen liegen, wenn es zur Bestätigung kommt, hier diese Bereiche anzulaufen um die 1274 beziehungsweise dann hier die 1268 Dollar, bevor wir hier wieder in Richtung des Trendtiefs zum Test übergehen. Darunter gibt es natürlich auch Anlaufpunkte. Das ist dann mittelfristig die Sache, wo der Markt dann hinläuft. Aus dem Measured Move heraus, wenn wir direkt wirklich jetzt runterlaufen würden, wäre das hier unten um die 1250 US-Dollar Marke natürlich ein planbarer Bereich, wo man reinlaufen kann. Dann kommt es zum Szenario, dass das gestern ein Ausnahmetag war und wir weiter etwas Regression sehen. Dann wird es natürlich spannend, was passiert am Tageshoch von gestern beziehungsweise an diesem Hoch hier. Kommt hier Kaufstärke rein, dann wäre es so, man muss erst einmal schauen hier, das sieht man auch in der Stunde, da schauen wir gleich rein. Da haben wir einige Marken liegen um die 1291 beziehungsweise hier die 1295, was dann als nächstes erst einmal in die Ausdehnung nach oben reingehen könnte. Wie schon gesagt, etwas mehr an Aufklärung bringt hier der Stundenchart. Wir haben es hier gestern gesehen, der Markt lief deutlich nach unten. Jetzt haben wir hier eine Gegenbewegung gesehen und jetzt kommt es darauf an, wo geht es hin weiter. Wir sehen hier auch den korrektiven Schwung nach unten runter. Das heißt, im ganz, ganz kurzfristigen Bereich haben wir hier die Punkte liegen hier unten. Das ist ein wichtiger Bereich und ein weiterer wichtiger Bereich ist das Ganze hier oben im ganz, ganz kurzfristigen Punkt. Das heißt, wenn wir hier unten drunter laufen, dann haben die 5 Minuten beispielsweise die Chance hier ein Stückchen weiter runter zu gehen. Anlaufpunkt wären dann kurzfristig mal die Marken hier. Wie schon gesagt, das sind die ganz kurzfristigen Setups. Wenn es dann nach unten geht, beziehungsweise hier unten dieser Bereich, den wir hier im Chart mit liegen haben, wo dieses kleine Swing Low war, das wie schon gesagt aus den kleinsten Zeitanheiten heraus, wenn das Ganze dann mittelfristig in den Swing übergeht und wir das Ganze weiter nach unten traden, dann haben wir halt hier das Ganze liegen. Den ersten Schritt mit nach unten. Kurzen Augenblick, das mache ich mal eben rot, was ja Richtung Abwärtstrend ist. Dann haben wir hier die korrektive Phase gesehen, wenn es jetzt wirklich schon nach unten geht und wenn es dann deutlich tiefer fällt hier in Richtung Swing. Das wäre dann die Bestätigung des Ganzen, des Umkehrsignals. Dann haben wir wieder einen Trend, der in die Abwärtsrichtung läuft und mit Blick in den Tagesschart wären das dann halt, ich suche es mal kurz groß, Kurse unter dem Tagestief von gestern. Das heißt, das wäre dann definitiv die Bestätigung dieser Umkehrkerze und das Level hier nach unten fortzusetzen. Das sind also ein paar wichtige Marken hier im Gold. Eins bitte immer auch im Auge behalten, die FED kann heute deutlich für Bewegung sorgen, beziehungsweise morgen, nicht heute. Das heißt, diese Zeit ist eine wichtige Zeit. Wir sehen an den Märkten gerade im Vorfeld vor solchen Ereignissen manchmal gute Bewegungen, dass der Markt irgendwas vorbereitet, schon einpreist und manchmal, wie wir das gestern auch beispielsweise im DAX oder im S&P 500 oder im DAO gesehen haben, dass wirklich nicht viel bewegen kommen. Das heißt, dass wir ganz, ganz flache bewegen und man muss sich da als Händler etwas dem Markt anpassen und gleichzeitig versuchen, die Chancen auch definitiv zu nutzen, die wir da haben. Dafür sind die Handelsideen an dieser Stelle ja auch da. Und damit gehen wir jetzt noch einmal zurück in den Chart vom DAO. Da hatte ich ja gesagt, beleuchten wir die Situation noch einmal hier in Gänze. Wir hatten es ja besprochen an dieser Stelle. Wir haben schön den Lauf nach oben, den Trend nach oben mit gehabt. Hier war dann die korrektive Phase da. Hier unten haben wir aufgesetzt an einer Marke bei 26.000, etwas über 300 Punkten. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze einmal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, man sieht halt, es ist noch nicht so richtig viel passiert. Die wichtige Marke, der wichtige Bereich, den wir hier in diesem Chat auch sehen, ich mache mal kurz das Volume Profile noch aus, kurz einen Augenblick. Das brauchen wir hier drinnen jetzt nicht, wenn wir uns gleich das Nähere im Detail anschauen. Heißt also, wenn wir hier dieses Level mal anschauen, hier, wo diese Linie, wo ich die Linie hingelegt habe, um die 26.590, also hier dieser Bereich, das ist aktuell der Widerstand. Aber was wir hier jetzt sehen, ist schon mit Blick, wenn wir das mal kurz etwas kleiner machen, wir haben jetzt halt hier den Trend nach unten gehabt, beziehungsweise hier am Laufen. Und jetzt trendet der Markt hier schön wieder mit nach oben im kleinen Bereich. Und das zeigt uns so ein bisschen, dass der Markt hier so langsam stärker aufbaut. Diese kleiner werdenden, sag ich mal, Kontraktionen hier vor diesem Widerstand, solche Dinge, die sorgen in der Regel oft dafür, dass dann oben drüber der Ausbruch kommt. Das heißt, im Bereich dieser Trendbetrachtung haben wir jetzt hier die Situation, dass sich so langsam das Initialsignal aufbaut für ein Long Setup. Und das ist das Schöne, auch für nebenberufliche Trader. Wir können das hier sehr, sehr schön auch betrachten, sehr, sehr schön beobachten und an diesen Marken selbstredend dann auch unsere Absicherungslevel geben. Und das, was ich meine mit dem Kontraktionsmuster, möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz zeigen. Hier, wir haben hier nach unten die Situation, dass wir nochmal vor dieser Linie oben vom Widerstand einen Abprall hatten, aber die Käufer deutlich früher in den Markt gekommen sind. So, jetzt gab es wieder einen erneuten Test. Das wäre dann hier sozusagen der zweite Test des Ganzen. Was folgte dem? Wieder ein Rückprall. Und wenn wir jetzt die Situation sehen, dass wir beispielsweise von hier aus nach oben laufen und drüber laufen oder von mir aus noch einmal einen Versuch sehen und dann das Ganze flacher sehen, das sind so Situationen, wo sich wirklich schön etwas aufbaut. Diejenigen, die das Ganze auch aus Sicht von Korrekturmustern betrachten, was wir in solchen Bereichen dann haben, sind so ansteigende Dreiecke. Und das sind rein von der Verortung her, auch innerhalb von diesem Aufwärtstrand, eher die bullischen Szenarien. Und das ist das, was sich hier so Stück für Stück aufbaut. Man muss nur sehen, wie es nach oben reinkommt. Es kann auch sein, dass das Ganze nach unten hin erstmal wegbricht. Wie schon gesagt, morgen ist die Fed dran. Da kann wirklich viel passieren. Wir haben es auch gestern gesehen. Der S&P 500 hat sich ja an sein Allzeithoch ran geschlichen und im Top ist er, glaube ich, sogar oben ran gelaufen. Aber es passiert momentan nicht wirklich so viel. Und das ist halt häufig mit den Zahlen-Events im Zusammenhang. Aber die Muster, die wir hier sehen, die sind definitiv da. Und das, was sich hier aktuell ausbildet, ist schon ein deutlich bullisches Zeichen. Was hier wichtig ist an dieser Stelle, ist natürlich, dass wir im Kurzfristbereich natürlich erstmal nicht hier unten drunter fallen, unter diese Marke. Weil dann wäre dieses, sage ich mal, Kontraktionsmuster, was ich gerade beschrieben habe, erstmal hinfällig, weil wir dann in der Situation wären, dass wir hier natürlich drunter gelaufen wären. Das heißt, dass sich diese Bewegung hier oder diese Korrektur unter diesem Punkt wegsetzt. Und das spricht dann erstmal wieder für einen tieferen Fortgang. Das würde dann gegen dieses, sage ich mal, Schadmuster hier an dieser Stelle sprechen. Also auch hier bleibt es spannend. Es hat gute Chancen auf eine positive Ausführung nach oben hin. Wir warten einfach mal ab, was der Markt an dieser Stelle macht und sehen dann entsprechend weiter. Auf alle Fälle, die Triggerpunkte sind da. Die Absicherungslevel sind hier zu sehen. Damit kann man, sage ich mal, definitiv etwas anfangen. Gut, weitere Fragen sehe ich an dieser Stelle nicht. Das heißt an dieser Stelle herzlichen Dank für die Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle. Auch allen anderen, die sich das Webinar in der Aufzeichnung auch anschauen. Gucken Sie rein hier bei uns auf Tickmill Deutsch. Es ist sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Jeden Morgen gute Handelsideen und das Trading bei Tickmill zu super, super Konditionen. Also auch einfach mal auf der Website von Tickmill vorbeischauen. Allen heute einen interessanten und erfolgreichen Handelstag. Morgen einen ruhigen oder sagen wir mal einen Feiertag, wie Sie sich das wünschen. Und wir hören uns dann am Donnerstag morgen um 8.30 Uhr an gleicher Stelle wieder. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.